Dienstlicher Auftrag im Namen seiner Majestät des Zaren. Zu Befehl. Kaiserliche Hoheit, Herr Oberst haben sich auf Befehl des Zaren sofort zum Empfang der Prinzessin zu begeben. Melde mich gehorsamst, Kaiserliche Hoheit. Herr General, ich habe meinen Entschluss bereits bekannt gegeben. Herr Oberst. Aljoscha, Junge, bist du denn wahnsinnig? Du widersetzt dich dem Befehl des Zaren? Hoheit, ich kann nicht anders. Du kannst nicht anders. Und warum? Wegen dieses Mädchens? Dieser Dirne. Dirne! Wie kannst du so etwas sagen? Ich sage, was alle Welt weiß. Und was sie mir selbst gestanden hat. Sie hat dir selbst? Ja, selbst. Dass sie durch viele Hände gegangen ist. Du lügst! Dein Ehrenwort! Mein Ehrenwort! Kaiserliche Hoheit, melden Sie meinem Vater, dass ich gehorche. Aljoscha, mein Junge, ich habe ja gewusst, du wirst deine Pflicht erfüllen. Verlacht hat mich ein süsser Leif, mein Liebendherz verlacht, ein Weib, ein Weib, ein Weib, ein Wunder. Mein Ehrenwort, mein Liebendherz verlangt, ein Weibendherz verlangt, ein Weibendherz verlangt. Mein Ehrenwort, mein Liebendherz verlangt, ein Weibendherz verlangt, ein Weibendherz verlangt. Mein Liebendherz verlangt, ein Weibendherz verlangt. Hast du's? Ja. Also doch! Man hat mir ja gedroht, drum hab ich es gesagt. Und hätt' ich es nicht getan, hätt' man mich gut gejagt. Keine Macht der Welt soll mich von dir vertreiben. Was hätt' ich nicht gesagt, um nur bei dir zu bleiben? Du hast noch keinem Mann gehört, kannst du mir das beschwören? Bei der heiligen Mutter von Kasern schwöre ich. Keinem, keinem noch hab ich gehört. Deine Liebendherz verlangt, ein Weibendherz verlangt. Deine Liebendherz verlangt, ein Weibendherz verlangt, ein Weibendherz verlangt. Deine Liebendherz verlangt, ein Weibendherz verlangt, ein Weibendherz verlangt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020